Auf geht's am Mittwoch. Eine Woche eine Palette. Die Glam Light ist diese Woche dran. Ich habe so ein bisschen bräunlich-schwarzes Oberteil, ein wunderschönes, blaues, signalfarbenes Einhornpflaster. Und wir starten hier gleich durch mit einem Schimmerton. Und zwar weiß ich nicht genau, wie man es ausspricht. Da steht Ganache oder Ganasche oder ich weiß nicht genau. Ich blende es hier mal ein. Also sorry, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Mit einem Pinsel aufgetragen ist dieser schöne Schimmerton auf jeden Fall super apathisch in der Farbe. Nicht so aufdringlich. Mit dem Finger, glaube ich, wäre mir das schon too much für den Dienstag, äh für den Mittwoch. Aber so mit einem Pinsel aufgetragen finde ich den super. Der ist sehr apathisch, sehr schwer zu beschreiben. Aber ich bin ja auch so ein bisschen apathisch, ne? Dann geht's weiter mit dem All-Night-Ton. Der ist tatsächlich so ein bisschen movefarben. Denn ich dachte mir, wenn ich jetzt dunkelbraun darauf knack, das passt irgendwie nicht zu dem Ton dazu. Das ist so ein bisschen bäriger Move-Ton. Das nennt sich All-Night. Wenn das zusammen mit diesem apathigen Ton gemischt wird, ergibt es einen schönen, warmen Ton, der mir schön hinten das bewegliche Augenlid verdunkelt. So ist der Plan. Und das Gleiche mache ich auch unten drunter unterm Auge. Da kommt nachher noch ein bisschen was zu. Aber ich finde es immer schön, das, was man so im hinteren Bereich des Auges hat, dass man das auch am unteren Wimpernkranz so ein bisschen wieder aufnimmt, das Thema. Das sieht irgendwie so harmonischer aus. Dann der Ton, den wir die ganze Woche durchgenutzt haben. Das ist der Bittersweet-Ton. Das ist für mich der Ausblend-Ton oder Einblend-Ton oder Schattierungston dieser Palette. Das ist der Bittersweet-Braun-Ton. Der ist richtig toll. Der passt so zu allen Farben da so richtig zu. Da kannst du super mit ausblenden, dass das so ein bisschen rauchig so nach oben rausgeht, hinten so ein bisschen höher ist. Ist ein toller Ton, ein schönes Zusammenspiel. Gefällt mir sehr, sehr gut. Dann gehe ich wieder mit einem unabgeklopften Pinsel mit diesem Bittersweet-Ton auch ruhig rein in die Lidfalte. Obwohl doch die Schlupfläder sieht man nicht so wahnsinnig viel dadurch. Aber den finde ich richtig klasse. Heute gibt es den etwas grüneren, kräftigeren Gold-Ton. Gestern hatten wir den Rich. Heute gibt es den Cheers-Ton. Der hat auch so ein bisschen grün da mit drin. Einfach so ein bisschen Highlight, so zwischen den beiden Tönen. Ganz dezent aufgetragen. Finde ich richtig cool. Mag ich gerne. Neu im Test wieder, also habe ich euch schon mal gezeigt bei YouTube, ist die Kiko Milano Blue Mi Mascara. Ich habe meine Wimpern unten nicht getuscht, weil ich traue der noch nicht so richtig. Deshalb bin ich mit dem Dark Chocolate, also einem dunkelbraun, am unteren Wimpernkranz langgegangen. Nicht bis ganz nach vorne durchgezogen, sondern eher im hinteren Bereich. Denn so täuscht du ganz einfach vor, dass du deine Wimpern da unten auch getuscht hast von Weitem. Ne, weil der Kiko traue ich noch nicht. Da weiß ich nicht, ich soll den ganzen Tag heute unterwegs sein. Da weiß ich nicht so genau. Deshalb die sichere Hausnummer. Schauen wir mal. Lippenstift ist von Arvon, Arvon, der Hydra Move. Ich glaube, dass der so richtig, richtig gut heute hier dazu passt. Den packe ich mir auch ein, nehme die mit und ziehe dann auch mal nach zwischendurch. Den finde ich gut. Auch heute am Mittwoch hat mich diese Palette wieder absolut gecatcht. Also die finde ich richtig toll. Die ist auch schon so richtig ein bisschen runtergerockt, ne. Was dann hier richtig weh tut. Aber tolle Töne, total alltagstauglich, mag ich richtig gerne. Macht mir richtig Freude. Wenn dir das auch jeden Tag Freude macht hier, dann abonniere ganz gerne meinen Kanal. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder zum Donnerstag-Look mit der Glam Light Palette. So würde ich sagen, ist der Plan, so machen wir das. So würde ich sagen, ist der Plan, so machen wir das.